Hey Leute und willkommen zurück zu Firewatch. Wie versprochen kommt jetzt eine kleine Zeitreise. Das heißt wir erfahren jetzt was am Anfang des Spiels passiert ist. Das hat man in der Preview-Version nämlich nicht gesehen. Dann werde ich noch die Caches zeigen, die ich verpasst habe, da ich nun alles nachspielen muss. Und zu guter Letzt werden wir wieder einsteigen, dort wo ich aufgehört habe. So, wir fangen nochmal ein neues Spiel an. Ich muss hier alles nochmal nachspielen. Und... Boulder, Colorado, 1975. Du siehst Julia. Sie ist etwa in deinem Alter, in den späten Zwanzigern. Sie lacht und... Sie lacht zusammen mit gut angezogenen Professoren und Studenten von der CU Boulder. Das ist wohl eine Uni. Du bist Henry und du trinkst mit deinen Kumpels. Du bemerkst sie oder du gehst auf sie zu. Du bist betrunken. Äh... Du... Ja, du bist schön. Du bist schön, sagt sie ziemlich cool. Bist du nicht. Du bist ein... Du wirst bald einen ganz schönen Kater haben. Was? Fragst du sie? Sehr verwirrt. Hä, jemand sollte dir einen Cheeseburger kaufen, sagt sie. Sie winkt einen... Ähm... Sie winkt einen Kellner herbei. Und eine Woche später bist du ihr Freund. Hey, das ging ja flott. Ja, das ist Henrys Frau. Julia. Ja, unser Rucksack. Das ist die, von der er schon erzählt hatte, leider. Das ist eine traurige Geschichte. Das will ich euch schon mal sagen. Ich hab kurz reingeschaut, hab's dann aber übersprungen. Weil ich das mit euch gemeinsam erleben will, hier die Vorgeschichte. Wenn ich also etwas holprig übersetze... Naja. Ihr seid jetzt schon ein Jahr zusammen. Sie macht dich absolut verrückt. Es ist einfach toll. Ihr zieht zusammen. Ihr teilt euch ein Apartment in der Nähe der Schule mit Blick auf die Berge. Ihr beide trinkt Bier draußen auf der Terrasse. Ha. Du trinkst eigentlich überall Bier. Das Leben ist gut. Julia möchte einen Hund. Da ist ein ziemlich kleiner, verstrubbelter Beagle. Julia hat sich in ihn verliebt. Sie möchte ihn mit in ihren Unterricht nehmen. Es gibt aber auch einen recht einschüchternden, aber... Ja. Gentle-Eyed. Also sehr... Sehr warmäugigen deutschen Schäferhund. Also Gentle-Eyed. Man kann sagen, ein sehr zahm... Der blickt eben sehr zahm rein. Nichts Schlimmes könnte passieren, während Julia mit ihm rausgeht. Und er ist ein ganz schön harter Brocken. Ha. Also entweder nehmen wir den Beagle und sie nennt ihn Bucket. Oder wir adoptieren den Schäferhund und... Wir nennen ihn Mayhem. Ich glaub, der Schäferhund, der ist vielleicht besser, dann wenn sie alleine unterwegs ist. Auch wenn sie den Beagle liebt. Aber Sicherheit geht vor, will ich meinen. Unser Angebeteten soll doch nichts passieren. Ja. Mayhem ist ein toller Hund. Er liebt es, mit ihr herumzuraufen im Park. Und Julia nimmt ihn mit, wenn sie läuft. Ähm, obwohl er zu groß ist, um in die Schule mitzunehmen, liebt Julia ihn. Genauso wie sie den Beagle... Den Beagle. Ja, den Beagle geliebt hätte. Nicht den Beagle. Beagle? Beagle? Nein. Mayhem ist ein Freund. Kind und ein Haustier. Und... Alles kommt zusammen. Ach, das ist schön. 1979. Ihr redet draußen auf der Terrasse. Es ist Sommer. 9.30 Uhr am Abend. Und... Die Hitze ist immer noch ziemlich präsent. Hier in der Wüste. Was denkst du über Kinder? Fragt sie. Kinder? Die sind nicht ziemlich schlau? Oder... Gut? Ziemlich gut? Naja. Ha. Ich frage dich, ob du und ich welche haben sollen. Ein... Ein paar kleine Idioten. Hm. Das wäre ziemlich gut? Oder eines Tages? Warum sollten wir es überstürzen? Das wäre ziemlich gut. In diesem Fall sollten wir wahrscheinlich verheiratet. Sollten wir wahrscheinlich heiraten. Ja, das würde ich mögen, sagst du. Diese Kinder... Äh... Werden ganz schön durch den Wind sein. Wahrscheinlich ist es das Beste, dass ihre... Eltern... Hitscht. Äh... Dass ihre Eltern auch nicht so ganz normal sind. Nicht vergessen einzuchecken. Keine Feuerwerkskörper. Und wir sind in ihrem Land. Learn to live with bears. Oh, guck mal ein Herzchen ins Fote. Profit Trail is not recommended for inexperienced hikers. Inexperienced. Also man soll nicht unerfahren hier durchwandern. Das wissen wir ja schon. Es gibt einiges zu klettern. Und es ist eigentlich ganz ungefährlich hier draußen. Sie kommt rein, nachdem du schon ins Bett gegangen bist. Sie ist nicht wirklich betrunken, aber sie hat ziemlich viel Spaß gehabt. Äh... Ihr streitet euch, als ihr euch zusammen ins Bett legt. Entweder werde ich böse oder ich ignoriere sie. Komm, ich ignoriere sie. Ich bin ja schon böse gewesen. Ihr fasst euch die ganze Nacht lang nicht an. Am nächsten Tag fühlst du dich schuldig, dass du so böse gewesen bist. Und fragst sie, wie ihr Abend war. Sie sagt, es war toll. Äh... You hold onto a tiny pill of resentment. Ja, das Ganze bleibt dir noch ein bisschen im Hinterkopf. Du machst etwas Kaffee und gehst zur Arbeit. 1981. Julia liegt immer noch... Nee, Marc ist immer noch zu zeichnen. Sie malt Pflanzen von ihren Nachforschungen. Sie malt alle Orte, an die ihr geht. Sie malt dich. Okay. You pose and flex like He-Man. Also ich mach so einen Muskelmann. Oder... Man tut so, als wenn man ein Victoria's Secret Model... Nee, ich bin eher... Johns General. Das ist immer noch zu zahm. Also ich schade den Leuten und ich habe mich chill. graphicaler bei mir schaden lassen. Also ich mach so einen Augenblick auf mich zum Beispiel über den Mundrein. Die sind gegen die Oberlin. Und wo der Ordnung kam, wie du dann musst du dich hinterher tun. Aber da dachte ich mir schon, dass du dich spart. Ich bin ein Blaua, meinas Kollege Nach cambiar. Und da bist du mir drin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach so, sie hat auf jeden Fall eine tragende Rolle. Sie möchte umziehen. Du möchtest das absolut nicht. Überzeug sie, den Job nicht anzunehmen oder stimme zu, wenn sie ab und zu mal vorbeikommt. Ach man. Eine Fernbeziehung ist scheiße. Warum will er nicht mit? Vielleicht, weil er auch einen guten Job hat dort und es ihm gefällt. Aber na gut, wir stimmen zu, dass sie ab und zu mal vorbeikommt. Also, wir stimmen zu, wenn sie ab und zu vorbeikommt. Es ist ja nicht so, als müssten wir es ihr erlauben. Ach du, ja, du fragst sie, ob sie dann ab und zu vorbeikommen wird. Du möchtest nicht nach Connecticut ziehen. Sie sagt, dass es schwer werden wird, aber... Äh, sie sagt, sie würde es tun, wenn du dich umziehst. Du sagst ihr... Äh... Du sagst ihr, dass sie nicht darauf verzichten soll, wenn es das ist, was sie will. Sie stimmt zu. Sie fliegt nach Boulder alle drei Male pro Semester. Also, sie fliegt jedes Mal nach Boulder zurück, drei Mal pro Semester. Also, jeden Monat quasi. Oh Gott, das ist nicht viel. Ja, etwa jeden Monat. 1985. Julia wird von Yale nach Hause geschickt. Ähm, auf bezahlten Urlaub, nachdem sie eine... einen Anfall hatte oder so. Aha. Äh... Sie hat sich selbst irgendwie verloren. Also, sie hat auf jeden Fall... Ja, sie ist irgendwie durchgedreht, als sie sich von einem Kollegen Bücher geliehen hatte, die wichtig waren für ihre Nachforschung. Äh... Sie konnte sich nicht erinnern, dass sie sie zwei Tage vorher von ihm ausgeliehen hatte. Sie hat weinend im Treppenhaus gesessen. Oh Mann. Du sagst, dass ihr wahrscheinlich darüber reden solltet. Oder mit jemandem darüber reden solltet. Du machst Macaroni und trinkst Wein und versuchst, die Sache zu vergessen. Die reden mit den Leuten, oder? Also, wir versuchen, Hilfe zu finden für sie. Nachdem ihr verschiedene Doktoren gesehen habt und viele Tests durchlaufen seid, sind sie besorgt, dass Julia... Oh Gott. Von früher... Unter früher Demenz leiden könnte. Sie ist 41. Äh... Ihr beide entscheidet euch, das geheim zu halten. Oh Mann. Mit 41 schon dement. Oh Leute, das ist... Ja gut, wir wissen ja, was sie hat, nicht wahr? Journal. Oh Gott. So strong. He-Man. Okay, sie hat ihn nackt gemalt. Mayhem wird älter. Er hat jetzt graue Haare auf seinem Rücken und ist abends oder nachts immer langsamer. Du und Julia lauft mit ihm zur nächsten Bar, um Freude zu sehen. Und es fühlt sich an, als hat sie sich nichts verändert. Julia geht zurück zur Universität. Ja, das mit Kindern ist jetzt vorbei. Mit 41, sehr schade. 1987. Julias Krankheit wird schlimmer. Sie kann sich nicht an Dinge im Unterricht erinnern. Ihre Nachforschungen sind in Trümmern. Sie fährt mit dem Auto in die nächste Stadt ohne besonderen Grund und muss von der Polizei wieder nach Hause gebracht werden. Sie ist einfach am Ende. Oh Mann. Sie wird nach Hause geschickt, um permanent medizinisch behandelt zu werden. Manche Tage sprichst du mit der Julia, die dich ein Blödmann nennt und über eure ungeborenen Kindern als kleine Idioten redet. Am anderen Tag sprichst du mit einer Fremden. Sie zieht dich ins Bett, um mit dir Liebe zu machen. Nach fünf Minuten steht sie in Panik auf und denkt, dass ihr Vater an der Tür ist. Du sagst es ihrer Familie. Sie sind niedergeschlagen und machen nun immer wieder Ausflüge von ihrer Heimat in Australien, um sie zu besuchen. Für eine Weile kommen Freunde von dir vorbei mit kleinen Dingen, um den Tag aufzuhellen. Und es wird immer schlimmer mit ihr. 1988. Du verbringst deine Tage damit, Julia durch das Haus zu folgen. Du zählst die Sekunden. Der Besuche zweimal in der Woche von Daniel, dem Pfleger. Er empfiehlt, dass Julia woanders leben sollte. Irgendwo in einer 24 Stunden Pflege. Einem Heim. Das lässt du ein paar Monate sacken. Du entscheidest dich, sie in eine Vollzeitpflege zu geben. Oder du entscheidest dich, sie weiter selbst zu pflegen. Oh man, ich kümmere mich selbst um sie. Das ist echt schlimm. Stellt euch das mal vor. Ihr habt ein Familienmitglied, das ihr liebt. In dem Falle eure Ehefrau. Und sie erkennt euch nicht mal mehr. Und ihr könnt nichts tun, außer euch um sie zu sorgen. Und es wird immer schlimmer und schlimmer. Alzheimer ist richtig schlimm, Leute. Ich kenne zum Glück jetzt niemand in meiner Familie, der Alzheimer hat. Aber degenerative Krankheiten, da kann ich ein Liedchen von singen. Das ist echt schlimm für die Angehörigen, glaubt mir. Ich hab das mitgemacht. Es ist unglaublich schwer. Das Schlimmste ist, wenn du bewütend auf sie bist, als... Zum Beispiel, wenn sie versucht, ihr eigenes Essen zu kochen. Du kannst nichts ohne sie tun. Und sie kann nichts ohne dich tun. Wenn sie schlafen geht, dann bleibst du einige Stunden wach und trinkst auf der Veranda. Du schaust dir Baseball im Sommer an. College Baseball im Winter. Ja, und dann trinkst du auch. Du fängst an, nach draußen zu gehen, nachdem du sie ins Bett gebracht hast. Das erste... Das erste Mal... Äh, was? Achso, das erste Mal tust du es, ohne dir Sorgen zu machen, dass sie aufsteht und durchs Haus läuft, während du nicht da bist. Oh Gott. Du stellst einen Stuhl vor die Tür und du vertraust darauf, dass sie schläft wie ein Felsen. Soll ich sie einsperren? Oh, das ist echt fies, ne? Das ist echt fies. Aber ich will gar nicht in seiner Haut stecken. Das ist wahrscheinlich nicht leicht. Absolut nicht leicht. Ich vertraue darauf, dass sie schläft. Ich kann sie nicht einsperren, auch wenn sie... Ne, das... Äh, du gehst zur selben Bar in der selben langweiligen Pearl Street. Es ist nett hier. Äh... Jetzt erzählst du Sheila, der Barkeeperin, alles. Es ist ein ganz schönes Gewicht, was von deinen Schultern fällt. Du bist zu Hause und legst dich um 1 Uhr morgens ins Bett. Mehrere Male die Woche. Hm. Du freust dich schon auf diese Nächte. 1989. Eines Abends wirst du an einem DUI-Checkpoint gestoppt. Also an einer Alkoholkontrolle quasi. Du pustest und hast eine 010, also wahrscheinlich 1 Promille. Und du wirst über Nacht ins Gefängnis gebracht. Äh, du versuchst oder du entscheidest dich, das zu verstecken. Aber du erzählst es deiner, äh, Schwiegerschwester. Schwiegerschwester? Susan. Julias Eltern, äh, nehmen den nächsten Flug von Australien. Sie können nicht glauben, in welchem Zustand euer Haus ist. Dann sagen sie, dass, äh, dann sagen sie dir, dass Julia mit ihnen kommt, um mit ihnen zu leben. Du streitest nicht. Du sagst, dass du sie bald besuchen würdest. Einige Wochen vergehen. Der Sommer kommt und du siehst eine, du siehst eine Werbung in, in der Zeitung für einen Job. Du nimmst ihn an. Ja, und ich denke mal, genau. Hier wird wahrscheinlich das Spiel beginnen. Oh, Leute. Der arme, arme Henry und die arme, arme Julia. Das ist echt tragisch und das, und doch geschieht's jeden Tag in der Welt. Ich, ach Gott, ich hab grad einen richtigen Kloß im Hals. Gut, das kennt ihr alles schon. Ich würd sagen, wir springen weiter zu den Caches. Ich muss das jetzt erstmal ein bisschen verdauen während des Nachspielens. So, die erste verpasste Cache. Bitteschön, was haben wir denn? Noch mal ne Karte. Cache 303. Aha. Oh, Flashlight. Oh, ich hab ein Flashlight gefunden. Ist da eine drin? Great. Well, der Sonne wird bald runtergehen, also wenn die Batterie noch funktioniert, dann bist du in Glück. Nehmen wir mit. Jetzt haben wir ne Taschenlampe, die nicht funktioniert. Ah. Vielleicht doch. Benutze ich die? Okay, das sehen wir später. Ein Horn. Ja, ich kriege das Gefühl, dass nicht alles in hier sinnvoll ist. In den Boxen? Warum ist das? Ich weiß nicht wirklich, was ich mit dem Dierhorn machen. Erstens, sie sind Antler. Und zweitens, bleib hier lang genug und du kriegst kreativ. Ah, die Höhle kennen wir schon. Weiter zur nächsten Cache. Hey, seht mal, ich bin in dieser verbrannten Hütte angekommen und ich hab was entdeckt. Einen Firefinder gab's hier auch mal. Das heißt, auch hier hat mal jemand die Waldbrände beobachtet, ob's welche gibt. War das Brandstiftung? Naja, ursprünglich wollte ich sowieso nur hierher, denn hier ist noch ne Cache, die machen wir mal auf. Eins, zwei, drei, vier. Und was haben wir da? Eine Mütze. Korea. Ein Vietnam- oder Korea-Veteran. Interessant, aber wer hat die Hütte abgefackelt? Naja, weiter zur nächsten Cache. Da ist die nächste, kurz bevor wir die kaputte Leitung entdeckt haben. Supply Cache. Eins, zwei, drei, vier. Ah, und die nächsten Informationen zum Abzeichnen. Die Flora der Schoschonen. Was haben wir da in der Notiz? So, lesen wir mal. Dave. Heyo. Also 30.07.86. Heyo. Ich hab deine Notiz gelesen, von wegen wir müssen reden. Und es tut mir leid, dass ich dich nicht gesucht habe oder aufgesucht habe. Ich hab dich schon den ganzen Tag gesucht und herausgefunden, dass du in der Nähe des Canyons sein musst, um diesen Studenten zu helfen. Aber ich denke nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich wirklich helfen könnte. Wir sind ja Arbeitskollegen, oder? Ja, das weißt du. Amigos und trotzdem professionelle. Also professionelle Amigos. Wenn du jemanden brauchst, äh, ja, um, ähm, um alter Dinge zu besprechen, dann ist Ron der Typ, mit dem du reden willst. Ich bin nicht so gut mit diesem ganzen Lebenskram und so weiter. Du wirst schon, du wirst es verstehen. Bis später, Ron. Hä. Also Freunde, aber doch nicht so wirklich Freunde. Einsame Ranger hier draußen. Hoffentlich wird das nicht so zum Brokeback Mountain. Hey, da ist der Supply Cache. Ist da was Neues drin? Äh, eins, zwei, drei, vier. Wollen wir mal sehen. Moss Peak. Nichts. Two Forks. Nichts. Und Spruce. Nichts. Hat mich jetzt irgendwie nicht gewundert. Und damit haben wir auch schon die letzte Cache auf unserer kleinen Zeitreise gefunden. Machen wir es doch mal auf. Und. Nichts. Ein paar Blümchen. Und noch ein Brief. Na gut, das ist schon etwas. Was? Das ist doch eine Raptorenklaue. Äh, jemand hat ein Fossil gefunden und hat es in eine Cache-Boxen gefunden. Könnte es die gleiche Person, die die Antler verlassen? Und vielleicht sind sie mir eine ganze Kreature, piece by piece. Das ist ja interessant. Wer macht sowas? Okay, und die Notiz sehen wir uns auch noch an. Dave. Äh. Rate mal, wer nächste Woche mit Debbie ausgeht. Äh. Nein, nicht dieser scheiß Kalt Steve. Es ist dein Mann, Ron. It's your man. Ja. Ich hab mir mal den neuen Typen angesehen, bei Two Forks. Und, äh, hab ihn mit sich selbst reden hören. Mehr als sonst. Mehr als sonst. Also mehr als es sonst diese Loser tun. Also, hab ich mir gedacht, ich bleib von ihm fern. Ähm. Werdest du dich noch, als du... Was? Als du Chimney Rock gesehen hast, wie er sich mit dieser, mit dieser Hängematte behangen hat. Also sich aufgehängt hat. Wow. Ich glaub so langsam, dass die, äh, dass der Forest Service nur die ganz Kranken aufnimmt und die ganzen Perversen. Außer uns natürlich, denn wir sind die Crème de la Crème. Äh. Ja. Lass uns, äh, zusammen anstoßen auf Deb. An unserem Ort. Ja. Dass er Debbie knallen will. Ron. Netter Typ. Sind wir damit gemeint? Ist Henry gemeint? Keine Ahnung. Aber das war's für diesen Part. Eine kleine Zeitreise. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu übel, dass ich den Code nicht im Kopf gehabt hab. Ich hab halt auch andere Sachen im Hinterkopf. Nicht immer nur Spiele. Wichtigere Sachen. Nun ja. Trotzdem danke ich euch fürs Zusehen und einschalten beim nächsten Mal, wenn's wieder heißt Firewatch. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020